Musik Shalom liebe Freunde, Fokus Jerusalem, hier Arik Spieker aus Jerusalem, Jerusalem. Sie haben es vielleicht gesehen, vor ein paar Monaten, am 33. Tag des Omer-Zahlen, gab es die größte Zivilkatastrophe in Israels Geschichte. In Meron sind 45 Leute gestorben, unter schrecklichen Umständen. Und wie solche Katastrophen weltweit überall, es bringt zu viele Fragen, vielleicht in diesem Ereignis noch speziell mehr. Weil es war eine religiöse Gelegenheit. Es ist der Tag, wo wir im Sterben von einem der größten und bekanntesten Rabbiner von talmudischen Zeiten anerdenken. Ein sehr spezieller Rabbiner, Rabbi Shimon Bar Yochai, Gründer des Kabbalah, des Geheimnislernens im Judentum. Und alle waren dort, speziell nach der Zeit von Corona, so, um nahe zu Gott zu sein. Und dann passiert so etwas. Nun, Sie wissen es sicher, klare Antworten auf diese Frage finden wir nicht. Fragen sind starker als die Antworten. Es gibt Sachen, die wir einfach nicht verstehen können. Einerseits, aber andererseits, wir können einfach nicht schweigen. Ah, wir müssen die Frage stellen, wir müssen auch oben sagen, was ist los, wie ist das passiert, wie ist das möglich? Sie sehen, vielleicht, ich bin heute nicht rasiert. Wir sind in den drei Wochen des Trauers, wo wir die Zerstörung von zwei Tempeln im 5. Jahrhundert vor und im 1. Jahrhundert nach anerdenken. Trauer kennen wir gut im Judentum. Die Grösse, Katastrophe, Inquisition, selbstverständlich Holocaust, bis die kleinere Sachen. Es bringt zur Frage, und ich möchte vielleicht zu einem Gedenken teilen. Die Frage, wenn wir gut denken, was ist die Frage? Die Frage ist die Trennung zwischen, was wir tun, unsere Taten von uns als Menschheit, als Volk, als persönliche Menschen. Und was passiert? Wir haben sehr gute Menschen, die gute Taten, die schrecklich leiden, schwierige Leben haben und auch umgekehrt. Sozusagen es gibt eine Trennung. Das ist die Frage. Diese Trennung heisst der versteckte Gesicht von Gott. Weil, wenn wir im Bibel schauen, im Bibel gibt es diese Trennung fast nicht. Wir sehen immer Aktion, Reaktion. Schlechte Taten, Straf. Gute Taten, Belohnung. Das nennen wir im Judentum der Gesicht Gottes. Die Präsenz Gottes ist da. Wir sehen, dass es ein Resultat gibt, was wir tun. Er ist präsent. Das kann zu gute Sachen bringen, zu große Wunder, aber auch zu schreckliche Sachen wie Sinnflut, wie schwierige Strafe von Gott. Aber wir sehen am Ende von Tora, dass Gott sagt, in Zukunft werde ich mein Gesicht, nicht wirklich Gott selber, nicht seine Ware präsent, aber sein Gesicht. Der Gesicht ist dort, wo wir die Leute anerkennen, sehen können. Sein Gesicht wird er verstecken. Das heisst, dass Gott viel weniger spürbar sein wird. Wir werden nicht Gott wirklich sehen können. Und das ist speziell in diesem Zusammenhang, wo Aktion, Reaktion. Das sagt Gott ganz am Ende von Tora. Es wird eine Zeit kommen, wo ich mein Gesicht verstecke. Und wenn wir schauen, in der ganzen Bibel, können wir das schritteweise sehen, weniger Präsenz von Gott, weniger Verbindung zwischen Aktion und Reaktion. Aber das ist wie Älteren. Wir auch Älteren, wenn unsere Kinder wachsen, sind wir weniger präsent. Am Anfang, wenn etwas passiert, sind wir unmittelbar da, aber nachher nicht mehr. Man muss unabhängig sein. Aber wir glauben, dass es eine Zeit kommt in Zukunft, wo das wiederkommt, wo Gottes Präsenz wieder da ist, wo sein Gesicht wieder zu sehen ist. Das wird wiederkommen, aber diese Zeit ist nötig. Das ist ein genereller Gedanke zu dieser Sache. Selbstverständlich spezifische Antwort bekomme ich nicht. Ich hoffe, dass dies zum Trost sein kann für den schrecklichen Verlust von Leben von diesen 45 Leuten. Vielen Dank.